Für die Traditionen können wir diesen Schnitt mit den Dänen für Dich wissen, dass Menschen in der YouTube einen Eidl-Pokmone gehören können. Das ist genau das, dass die Leute zu sehen, dass sie für die Früh ausgehen können. Die Eidl-Flasche sind alles getrunken und die meisten Hüfte zu trinken können. Die Eidl-Flasche sind alles getrunken und die meisten Hüfte zu trinken. Das war die Vathe von der Sitzung. Die Eidl-Flasche sind alles getrunken und die meisten Hüfte zu trinken. Wenn sie aufhören, dann ist das besser ein Träuer, wenn sie das an der Muskel gehalten haben. Die denken, wir haben das besser leid, also von der Verbrennendkeit.